Wir sind das Team der Onkologie im Klinikum Oldenburg. Wir suchen kreative, flexible Kollegen, die unser Team verstärken. Ich habe mich für die Arbeit im Klinikum Oldenburg entschieden, da er mit vielen Fachbereichen und auch als Uniklinikum ein sehr viel bietet. Wir haben zwei Abteilungen bei uns mit den Schwerpunkten Leukämien und auf der anderen Lymphome. Die palliative Pflege spielt bei uns natürlich auch eine große Rolle, weil nicht immer jede Therapie zur Heilung führt. Die Patienten sind nach der Erstdiagnose ungefähr sechs Monate bei uns in Behandlung. Deswegen haben wir immer sehr langen und sehr engen Patientenkontakt. Bei uns kann jede examinierte Pflegekraft arbeiten. Also das Fachwissen braucht man jetzt nicht unbedingt, das erlernen wir, während wir arbeiten. Für zwei Jahre gibt es die Möglichkeit, dass man die Fachweiterbildung anfangen kann. Dazu bräuchte man zwei Jahre Berufserfahrung. Wenn du die Herausforderung suchst und dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann bewerb dich auf der Onko und werde Teil unseres Teams.